It's a nice place. I'll shut up your face. Jo Dolce. Apropos, sie mag es nun gerade nicht süß, sondern eher natürlich. Sie ist nämlich ein Öko-Fan, Vegetarierin, Lian Ross aus Hamburg, mit ihrem Hund joggt sie auch immer. Bloß ist der immer ein bisschen langsamer, sie muss auf ihn warten. Aber hier ist sie ganz flott. Why won't you tell me? Untertitelung. BR 2018 Oh, won't you tell me? Oh, what could it be? Oh, won't you tell me? Oh, what could it be? Oh, won't you tell me? Oh, what could it be? Oh, won't you tell me Oh, what could it be Und nun habe ich was zu vertellen, die Veranstaltungstipps für die nächsten Tage. Und nun, die Veranstaltungstipps für die nächsten Tage.